Ich nehm auf meine Kinder, Willkommen bei Arma 3 Ultis Live, zusammen mit dem Special und dem PZRBK und mir selber, dem Striker. Wir sind hier auf unserem eigenen Server, dem GES-Server und wollen jetzt einfach mal schauen, was wir heute so bewerkstelligen werden. Oh, ich habe mich hier gesehen. Oh nein! Das tut mir leid, der Officer, das tut mir leid. Was hast du zu gesagt? Das tut mir leid. Oh nein! Das ist so geil, dass du hier rüber springen kannst. Und du läufst da durch, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein schönes Rennen. Der Steve wieder besorgt mir eben kurz ein paar Hatchback-Sports und dann können wir wieder schön düsen. Dann steck mal ein. Sascha? Ja? Machst du mit? Ähm, ähm, ja. Die wird zahlt heute. Ja. Und sonst so. Hm. Was können wir da drüber erzählen? Wir haben eine hohe Rate an Mitspielern hier. Die meisten ever. Ever. Ever, ever. Sag mal, wie parkst du denn schon wieder? Er denkt nur an sich. Echt? So, dann müssen wir Geld holen. Was kostet der nochmal? Geld. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viel. Wir können ja nichts drücken. So. Nee, können wir nicht drauf zuhören. Ich muss doch gerade sagen. Ich kann jetzt mal den hier vergeben. Was war die denn hier eigentlich im Kurs hier gerade? Prozess Heroin 6800. Hier Turtles. Turtles bringen 12.000. Danke. Sascha. Ja? Mach Scott Mode an. Oh nein, nicht ins Wasser. Wasser geht weg, da. Fürs Rennen auf jeden Fall. Äh, äh. Wie mache ich das? Shift E drücken. E? Da kommt ein Ding ins, ne, bei dir? Ja. Genau, und da schlägt Gottmutz, es klinkst du doppelt an, bis es grün ist. Wie mache ich das wieder weg? Okay. Äh, das geht. Dann kannst du nämlich jetzt mit, sind alle da? Ja. Dann kannst du nämlich auch jetzt mit dem Fahrzeug nämlich auch überall gegenfahren. Ja, hab's gemerkt. Scheiße, ja, aber ich muss sich jetzt auch nicht präsentieren. Ja, äh, fangen wir mal Kavala Markt an, ne? Wo ist Sascha? Da kommt er. Okay, ein Glück ist er nicht vorbeigefahren. Ein Glück ist er nicht vorbeigefahren. Warte mal, lass mich erst mal aufessen, okay? Wollen wir kurz chillen. Dann kannst du mir ja schon mal erklären, bis wohin wir fahren. Von hier bis Attira. Äh, nein, bis zur Tankstelle dann. Bis zur Tankstelle, äh, hinter der langen Strecke Flughafen. Da kommt dann die Kurve, wo es links nach Attira abgeht und bis da. Lange Straße. Also, du meinst den großen Flughafen. Ja, genau da, wo die Straße hochgeht zu Attira. Genau bis dahin, das ist Ziel. Geh los. Soll ich Counter machen, oder? Ja, okay. Drei. Fehlstart rückwärts. Äh, warte, 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 warte. Wenn ich los sag, geht's los aber, ne? Also, ich mach drei, zwei, eins, los, okay? Ja. Okay, drei. Was? Nimm den Schwanz aus dem Mond. Warte, kippe an den Mond. Kippe? Mhm. Dann trinke ich noch einen Schluck. Jetzt kann losgehen. Mhm. Sascha. Er ist nervös. Okay. Eben kurz die Stimme buttern. Drei, zwei, eins, los. Oh, oh. Sascha hat einen ziemlich guten Start gehabt. Oh. Ich hab aber allerdings jetzt Telefon gerade. Also, da möchte ich jetzt gerade nicht rangehen. Doch, ich muss da eben rangehen. Ich mach mal eben Aufnahme aus. So, jetzt geht's wieder los. Äh, Rennen. Kavala bis Satira. Die dreisten dreien hauen jetzt auf jeden Fall gleich los. Und zwar in drei, zwei, eins, los. Steve ist eingeschlafen. Das macht Sascha denn immer so einen Homo-Start, oder? Ja, der ist noch auf Mario Kart getrimmt. Der hat, äh... Ich kenn mich aus. Der hat so einen Boost irgendwie. Aber ich kenne euch, der könnt ihr schön knicken. Oh. Oh, fuck. Alle, alle drei. Na, na, komm. Wer ist da geflogen? Ich. Ein Stück zurück. Und weiter, 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 weiter. Nein, nein. Hau ab. Oh, ey, du hängst in mir drinnen. Nicht abdrängen. Kaff damit. Nicht abdrängen. Was machst du denn? Er hat mich abgedrängt. Du hast mich abgedrängt. Du hast mich abgedrängt. Nein, du hast mich abgedrängt. Du warst in mir drinnen. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er sogar... Ja, nee, komm. Lass mir das mal. Steve, bist du schon wieder auf Spur? Ich bin hinter dir. Ja, hau ab, Mann. Ja, hau du ab. Sascha ist schon da, glaube ich, ne? Achso, nur Hauptstraße übrigens. Ja, jo. Ja. Perfekt die Kurve genommen. Oh, ich legge. Aber ich hab Sascha eingeholt. Nicht, 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 nicht. Weiter, nicht. Wow. Wow, Sascha. Oh, fuck. Was ist passiert? Der Befugger ist in der Mauer.